Da war schon dunkelgrün-rot. Da wird nichts hochgeschleudert. Guck mal, Kuhschaf. Muuu. Muuu, die müssen wir streicheln. Oder reiten. Das Pferdguck ist schon ganz neidisch, falls wir mit der Kuh reiten wollen. Muuu, Kuh, Schnitzel. Ich wäre kein Schnitzel. Ich nicht. Ich esse euch nicht. Da müssen wir schon die davon fragen. Nein, das war das Jahr der Grenze. Die alte Dingstraße, der alte Bein-Gleich. Hier vor dem Herzlösdorf in Kullingen. Wenn Einfahrt ist, wenn man rein darf ins Herzlösdorf. Bierfestival, da gehen wir nach. Also wenn es eine Art mit Schildern gibt, dann ist der hier. Mit Putin. Ja. Au, das ist aber schön. Links, oder? Ja. Bis vorne auch gleich. Muss er laufen, oder? Ah, so ist er auch ständig. Oh. Feuersalamander. Ja. Alles im roten Bereich. Ach als Fasen, oder? Dass man da hoch fährt. Komm, Mensch. Welchen Schluss? Ja, ja. Die roten kann ich aber. Ja. Das wollen wir auch haben, oder? Ja. Die können aber auch schnell fahren. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Gucken mal. Oh, Mann. Bienenhotel. Bienenhotelwiese. Ja, Max. Bestes Bienenhaus ever. Ja, mit Bienenhotelwiese, sag ich dir. Oh, ja. Da ist voll. Ja, klar. Da siehst du, wie die Bienenhotelwiese voll ist. Und die schöne Wiese. Weckwinkle. Das ist das berühmte Alpkult. Ein Nudelbarries. Was ist das? Bieren, oder? Arzneizwege. Weissdorn. Aha, gut. Was? Findest du? Guck mal, da gibt es ganz viel Wiesnzeit rein. Das regnet es auch noch. Meinst du, eine Schutzbleche ist schon super. Das ist der schöne Laucher. Oh, ja. Da hat's Wasser. Oh, der Olaf. Guck mal. Ja, der Olaf. Ja, der Olaf. Ja, der Olaf. Guck mal, da weiß ich nicht. Ja, der Olaf. Ich kenne den Wiesn. Ja, der Olaf. Ja, der Olaf. Ich kenne den Wiesn. Oh ja, das müssen wir glauben. Haben Sie extra dieses Gleich dazwischen gelegt, oder? Es ist ja fast noch schöner als das Donautal. Mit Schwanen, gucken wir mal. Ja, Laucherttal. Der hat sicherlich einen Babi. Trumpf, oder was? Das ist das moderne Museum in Bilbao. Wohnt doch garantiert nicht der blaue Trumpf. Papa Trumpf und die blauen Trumpfe. Da kommt viele Quadratmeter. Die Hälfte. Genau die Hälfte von der Strecke. Oh, es ist nicht die Quelle. Da, klar. Da vom Heiligen Bär. Aquavita Es. In der Gallusquelle. In Harmentingen. Von der Lauchert her. Richtig nach Fisch. Der Bär, der das Baby gerettet hat. Von Neufrau her kommt diese Gallusquelle. Und Kopf einziehen. Tü, tü, tü. Und wer wohnt da? So, wie der Urmensch hier gewohnt hat. Ab und zu ein Selfie. Ich sehe einen Vogel. Da oben. Das ist so easy. Stecken am Kalten Maus. Das ist der fixste Berg. Das hat so ein leichter Brandgeber. Das ist nicht so schlimm, geht gut. Das geht gut sagt er. Okay. Beide Beine hinlücken. Ja. Beide Beine hinlücken. Ein Bein aus dem Ding raus, aus der Schlafe raus und dann. Links oder rechts? Sagen um der Herr deine Schuld tragen. Oder schieben. Oder schieben. Sehr gut. Sehr gut. Was? Jo. Boah, der Opa. Ja. Ja. Auf den Hinden. Auf den Hinden. Ja. Auf den Hinden. Auf den Hintern. Schöne Jule. Lyt's ein Video. Ja. Mit Marcoerana. Ja. Eigentlich muss man schrecken. Make my Fahrrad great again! Landkreis Tuttlingen. Da haben sie sicher die Ladlinen quasi zeitweise. HIGH SPEED! Und HIGH SPEED 50! Stuckhafts auch! Stuckhafts auch! Das ist auf der Kursschaft! Der Fahrrad fährt immer schneller als. Aber du warst extrem schnell! Schiffe! 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 Hallo Rot! So fahren wir sind. Na mein, Mitte, wo? Wo, wo, wo? Hier die zwei, lass die zwei zusammen sein. Hier die zwei, lass die zwei, lass die zwei, lass die zwei.